hallo edo hallo matteo hallo so sind keine freunde oder wir haben noch nie was über battle.net gespielt ich starte aber freunde sein oder hast du dein tag oder so ja ich suche den gleich mal raus oder kann ich ihn hier sehen ich kann dir auch sonst meinen geben gerade eben habe ich es gesehen aber war es weg warte ich gucke gleich mal so mein battle tag wie kann ich es sehen ich kann dir sonst noch meinen geben ich weiß nicht wo man den einträgt warte mal wenn auf der namen ich sehe es mental dann hast du dass sie alle ende enden ja ist egal 2 1 1 3 4 gute nachschu danke dir noch mal der hat echt spaß gemacht danke dir ja so wo sehe ich das so viel spaß hatte ich noch nie rudy star 2497 bist du das nein ich bin ich bin dope deck 21 18 dann lehne ich mal rudy star ab wie edo p nur mit ohne e und ohne hast du mich richtig also mental hashtag 2 1 1 3 4 noch mal mental genau hashtag 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 4 2 1 1 3 4 5 also euch noch mal geschickt so meinen habe ich seit 2012 also nicht super alt aber so jetzt sind ja okay bist du du bist mir eine mene soll ich einfach mein nimmer ist so minimo da zotteln kannst die adobe wirst du doch annehmen hatte ja ich bin gespannt ist wie hundertprozentig ist bestimmt einfach nein du warst du hast du gesagt oder du warst du hast du erzählt master ja im youtube master das richtig ich war wirklich nie gut ich habe immer nur so lädst du mich ein kasten wahrscheinlich ich sehe dich hier 1 gegen 1 ich muss auf kasten gehen wahrscheinlich einladen kannst du mich glaube ich da und da ja habt ihr auf jeden fall eingeladen nimmst das an ja okay und jetzt kann ich jetzt kann ich hier auf 1 gegen 1 jetzt muss ich irgendwie auch gehen auf wahrscheinlich auf kasten und dann auf welchem app wollen spielen irgendeine einfache wo man nicht irgendwie 18 zwar nicht mit so gold minerals oder so ein scheiß was ist denn hier die die standard maps hier berlin grad wird viel gespielt zum beispiel ich schreibe gerade mal ganz vielleicht marius das ein bisschen länger brauchen wir starten gleich erst das sc2 match dauert ein wenig länger wo ist denn jetzt berlin grad nemer berlin gerade das aktuelle maps berlin grad wie sieht die aus kann ich einmal sehen bevor wir jetzt starten korea besiegt wurde weiß ich ja nicht große gegner edo sehen kannst auf jeden fall das standard map ich nehme jetzt einfach dass der standard standard und wer wie die alle sind darf ich nicht mal gucken oder was ich guck dir doch guck dir doch an ich weiß nicht wie ich dir zeigen soll ja ich weiß soll ich jetzt mach mal ein stream auf soll ich jetzt immer team uhr stellen oder ich muss doch in der lobby sein um zu sehen dass ich spiele oder was ach so warte jetzt mach ich create a lobby jetzt vielleicht okay aha jetzt siehst du sie ja ok ich hab das nicht gemacht kennst du die kennst du nicht warte ne hab ich noch nie gesehen ist eine andere web haben das ist der aktuelle lander map ja lass die blizzard ich habe noch nie gespielt aber die können wir spielen aber die sind ja alle gleich die richtig so cheater mäßig aus was das ist für dich ein cheater map ein cheater map halt such dir eine andere suche mir den namen von der map ist mir egal okay gut du bist ja sogar aktuell diamant ja aber ich habe ein zwei games gespielt ein zwei warte mal ganz kurz kann ich deine match history sehen kannst du haben alle verloren spiel überblick wann war das vor elf stunden vor zwei tagen vor wie vielen matches ich spiele alle paar tage mein match in den letzten 14 tagen 20 games gespielt willst du mich komplett verarschen ich habe in den letzten sechs monaten zehn games gespielt aber du willst mich verarschen du bist komplett du bist ja voll im ein game drin nein du bist ja alle monate die ganze zeit du bist du hast einen aktuellen rang edo du bist dass sich hast einen aktuellen games und siehst du dass ich alle games verliebe auch noch ja aber ist egal dass alles spielpraxis die du reinholst spielpraxis verarscht mich von vorne bis also okay wir können das spielen aber wenn du das gewinnst hast du nichts gewonnen du hast nichts ich habe nie gesagt dass ich nicht gespielt habe also das ist ja unglaublich gesagt ich spiele alle paar wochen beim game hier wurden clips geschickt ich spiele gar kein starcraft mehr ich habe das schon seit die ewigkeit nicht mehr gespielt alter ich spiele hier gegen den anführer der der bonjova coaching starcraft schule gegen den ceo der coachingschule ich bin weder ceo noch bin ich ich hatte keine aktien in diesem coaching-ding drin ich habe immer nur schabernack gemacht okay lass uns spielen dass uns spielen ich werde verlieren aber das ist auch nicht so schlimm für mich wenn ich verliere weil ich spiele gegen einen professionellen star craftspieler hier scheinbar du hast da auch mehr hellen und welches als ich oder ja das stimmt ja warum ist das da wieder fair ich war nicht wer ok ich weiß ich auch nicht bist du bereit ja ja bin ready lassen bleiben wir jetzt in der voice nee oder ja ja doch echt oh mein gott ja ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren ich kann mich jetzt weg gehen aber wo mache ich die cam hin geh doch weg wie ne ne ich bleib hier ich müde dich einfach müde mich ich red dann hab dich gemütet okay good luck gefahren so good luck gefahren ich muss noch mal gucken wie gehen die tasten was diesen counter ja und schon gebaut nicht spar aber gerade für den spaß da jetzt gas gas für stuntpool ich habe ernsthaft eigentlich scout ich nicht aber ich gehe jetzt echt scouten machen ich hab keinen bock dass du mich jetzt hier so early cheese okay dann drei linge sex reaper ich liebe ja proxy wrecks also wenn du mich jetzt wenn du mich jetzt weg schießt ne also dann stehst du drei rex vor deiner vor deiner base ja wahrscheinlich wie macht man das wie so ich weiß echt nicht wie die hotkeys und sowas wir sind nicht schwer das ist einfach nur so ein blog den nutzt weißt du das hat man nicht mehr so automatisch drin normalerweise wenn du sag auch viel spielt so wie du dann drückt man das ohne nachzudenken weißt du ja wir brauchen mehr mineralien wenn mir lecker ist echt ein bisschen ah whatever oh wow krasser move gut hat mich nur meinen zeit gekostet und aber okay leider nicht wie man ach nee ach man hmm 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 und wie läuft's ja überfordert ich war schon komplett gestresst von diesem super nicht genügend energie unsere streitkräfte werden angegriffen wir brauchen mehr overlord mit der morphose abgeschlossen unsere streitkräfte werden angegriffen wir brauchen mehr nicht genügend unsere streitkräfte werden angegriffen wir brauchen mehr wespingas unsere streitkräfte werden angegriffen was hast du denn da am start keine ahnung unsere streitkräfte werden angegriffen wo hast du die denn hergehabt da das ist nicht dein ernst das ist nicht dein ernst sorry oh mein ja gg ey ey leck mich am arsch ey leck mich am arsch ist ein tanker noch junge meine ich meine eco und mein makro und alles ist gerade einfach komplett voll katastrophe existenz hast du dich was ich hier mache man leck mich gegen diese battlecruiser ich habe das noch nie gemacht keine ahnung wurde früher nicht gespielt ja früher wo du schon gespielt hast ich habe da lang nicht mehr gespielt scheiße ok mineralienfeld erschöpft wir brauchen mehr mit der alien wir brauchen mehr mit der alien was soll ich machen jesus hast du die na gut doch klar ist es vorbei ja keine chance gg hast du gut gemacht hast du gut gemacht aber die battlecruiser die haben mich halt komplett zerstört ich habe nicht gerechnet du hast 180 apm hast du meinen kurier gespielt ja ja aber ich hätte wieder aufgewachsen krass ey ich merke das schon ok gut aber so haben wir uns ja gut getrennt hail habe ich gewonnen starcraft du 1 a 1 ja ist doch sehr gut aber wir können doch mal das taktisch spielen das hat Spaß gemacht ja lass mich mal im monat trainieren und du spielst gar nicht ok 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 ich hätte lust auf so einen BO5 oder sowas ich meine du warst echt mit deinem rush habe ich gar nicht mit gerechnet du hast du die linke versteckt gehabt äh hinter den diesen sträuchern da du hast ich war in deiner base drin mit den Hellions und irgendwie war da super wenig und auf einmal kam da eine million Bane-Linge und Linke hast du noch jeden extra so gehabt nein 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 ich hatte ganz normal drei base also aber die dritte base habe ich erst gebaut nachdem ich den angriff gestartet habe weißt du ok ok hat Spaß gemacht ja gg aber battlecruiser sind halt mega op ja das krasse ist halt so gegen jemanden wie mich der so gar nicht diese Routine hat die abzuwehren äh zerfällt halt das gesamte spiel sobald da eine fliegende Einheit ist du die nicht einfach abwehren kannst weißt du weißt du was aber noch schlimmer gewesen wäre äh hätte ich einfach nur drei proxy rakes gespielt ja ja das hat okay also ja cheese halt immer drei proxy rakes marines ist halt und dann mit bunker ist halt so fucking stark ey es ist insane äh ja aber spannend ja danke dass du es mit mir gespielt hast ja gerne gerne gerne